Gute Nacht. Ne, noch nicht, der Stream geht weiter. Ähm, ja, letzten automatischen Speicherungen, wäre nett. Okay, gut, dann ist das wieder hier das Nervige dabei mit den Schlangen. Oh, okay, okay, okay. So. Ja, da muss es noch eine Schlange geben. Jetzt muss ich das hier hochbauen, damit ich hier hochlaufen kann. Gut, dann geht es hier weiter. Verstehe ich. Dann kommen diese Teile hier raus. Okay, kann es sein, dass ich die in der Höhe verändern muss oder so. Ja. Ja, super. Es hilft mir gerade nichts weiter. Okay. Gut, ich kann mal hier gerne darunter. Ich weiß nicht, ob ich das überleben würde. Aber ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wie ich die aufhalten soll. Aber wenn, hier unten, oder? Okay. Ich finde es jetzt, ehrlich gesagt, einfach nur, wenn dämlich erklärt vom Spiel gerade. So, es kommen jetzt auf einmal Sachen. Genau die. Und das Spiel gibt mir halt kaum Möglichkeiten zu sagen, okay, gut, mach das am besten. So hältst du sie auf, sondern einfach so, ey, guck, gut, okay. Die würfelt jetzt. Weil hier, ich, ich, ich kann nichts machen bei denen. Ich habe 0,0 Ahnung, was die wollen. So, ja, toll. Es kommt runter. Die ballern weiter. Muss ich die zum Beispiel blenden? Das sind alles Sachen, die weiß ich gerade nicht. Die erklärt mir halt das Spiel, aber auch in keinster Weise. Da bin ich jetzt ein bisschen echt pisst. Ja, jetzt muss ich das GF da vorne wieder machen. Mit den Schlangen. Das ist bewusst, nenne ich das GF gerade. Weil es an sich eigentlich... Weil es eigentlich eine sehr einfache Stelle ist. Ja, super. Ja, super. Oh, lol. Das fängt halt seine Nase fest. Okay, ich probiere es jetzt einfach mal mit Blenden. Mit der Taschenkraft. So, klappt nicht. So, klappt nicht. So, habe ich schon erwähnt, dass ich einfach keine Ahnung habe, was das Spiel hier an dieser Stelle gerade von mir will? Ja, hier muss ich ja auch irgendwie hochkommen. Das ist alles viel zu lange. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, sorry. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Achso, so geht das. Schön. So, kann ich jetzt hier irgendwo hoch? Gut, jetzt habe ich das durch Probieren rausgefunden. Gut. So, jetzt weiß ich es. So, ist aber wieder so ein Fall. Musste ich das jetzt wirklich da und ausprobieren? So, dann ist jetzt noch die dritte Schlange. Ja, genau. Ist jetzt alles zu. So, theoretisch müsste ich jetzt zurückkommen. Nee, da drin muss ich ja nicht. Ah, genau. Ja. Erf, ich sammle euch alle gleich ein. Jetzt her. Meine Güte, hey. Okay, das ist so Sadioid sick. So, so. Up, 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 up. Ey, du hast mich nur gestreift, maximal nur gestreift. So, und dann haben wir dich auch eingesammelt. Da-da-da, 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 yes. Okay, gut. Ähm, ja, da sind wir ja hier oben. Wir wollten ja genau durch diese Tür. So. Ah! Ah, da war ich zu langsam. Wow. Okay, gut, da geht's los. Ähm, okay. Was können wir hier am besten machen? Warte mal, ist das wie Gitter für dich? So, ich seh Luigi auf dem Bild, aber ich kann nicht genau erkennen, was der machen soll. Okay, das ist jetzt etwas blöd für mich. So. Nicht die Strahlenkreuz, ne? Guten Abend, Skarafas. Ja, gut, ich hab hier einen Staubsauger in dem Fall. Ah. Oh ja, ey. Hast du eigentlich einen Trailer zum neuen Ghostbusters-Film gesehen? Okay, äh, ich... Toll, super. Ich weiß ja wirklich nicht, was ich machen soll. Weil eigentlich bin ich die irgendwie verbrennt, aber das einzige Feuer, was hier ist, ist... ...nicht beeinflussbar? I don't know. Ja, Pömpel. Pömpel wirken hier auch nicht. Wäre ja zu schön gewesen, wenn der Pömpel... Oh, da geht ein Pömpel. So, was ist hier drin? Ja, super, es hilft mir jetzt auch nicht weiter. Sauber. Jawohl. Yay, so kann man's machen. So, jetzt kann ich weiter. Yay, da sind wir wieder back. Oh, hi, äh, Pharaonen. Ne, stimmt, die Urbesetzung können... ...können die nimmer zusammenfahren. Ich glaub, einer davon ist gestorben. Also, ich kenn mich nimmer aus, was bei... ...was bei einem Schauspieler halt... ...wer aktuell lebt und wer gestorben ist. Ich glaub, Bill Murray ist noch am Leben. Aber die anderen kenn ich, glaub ich, gar nicht beim Namen. Der hat ganz schön zugelegt. Ja. Oh, Schlange! A Hail Snakes! Was findet jetzt statt? Oh, no, no, no! Au! Ah, verdammt. Alter, ich hab's doch richtig gemacht. Okay, war keine gute Idee. War keine gute Idee. What? Ah, come on! Oh! Oh! Holy. So toll. Okay. Okay. Oh! Ich weiß halt nur, es war ein dritter Teil geplant, der irgendwie nie zustande kam. So, wie kann ich jetzt hier... Okay, weg hier von der Schlange. Okay, so kann ich den wegmachen, jetzt weiß ich Bescheid. Ich glaube, es war auch immer einer, der keinen Bock hatte, mehr auf Ghostboss, was ich echt schade fand. Okay, ich muss ein bisschen aggressiver spielen, damit ich alle Schlangen wegbekomme. So. Okay. Okay, wir müssen das von zwei Seiten angehen, habe ich verstanden. Ah, damn it, ich war zu nah dran noch. Ich muss halt wirklich sagen, ich kann ehrlich gesagt keinen Vergleich zum ersten Teil machen, Skarafass, weil den ersten Teil habe ich nur einmal ganz kurz gespielt. Das ist für mich der erste Teil, den ich dann halt wirklich durchspiele, in dem Sinne. Ah, okay. So. Kommen jetzt die Schlangen wieder raus? Ich weiß zwar ein paar Sachen über den ersten Teil, wie zum Beispiel, dass es so Eiskräfte gab für den Staubtopp, oder... So. Okay, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Ja gut, ich kenne überhaupt nicht den, also ich habe den ersten Teil einmal kurz gespielt, höchstens mal, mehr kenne ich ihn nicht. Im zweiten Teil habe ich noch hier liegen, den habe ich aber gar nicht angefasst bisher. Ja, und im dritten Teil spiele ich jetzt einfach mal, weil er am einfachsten zu capturen war mit. Für den zweiten Teil muss ich den Ebonator benutzen, für den ersten auch eigentlich. Außer ich könnte mal ein RGB-Konvert von einem Kumpel ausleihen. RGB zur HDMI, dann... Oh, das war gut reagiert. Dann könnte ich theoretisch Teil 1 auch... ähm... Nati Caption. So. Wann machst du das, was ich will? Nämlich... besiegt werden. Also... Wärts um... Ah, toll. Ja, ich hasse dich auch da oben. So. Okay. So hat mein Tag... Oh no! Autsch. Aber super, jetzt habe ich wenig Leben. Aber wir... So, müsste ich das wirklich hier wechseln? Also ich glaube, ich habe diesen ganzen Kampf ein bisschen misinterpretiert. So. So. Ich habe Teil 2, ehrlich gesagt, auch nur mitbekommen, weil ein Kumpel den damals auf dem 3DS hatte und mal den gezeigt hat, ansonsten hätte ich den wahrscheinlich auch überhaupt nicht mitbekommen. So. Ah ja, jetzt habe ich dich wieder. Gut, jetzt machen deine Schlangen Dinge. Ach, und jetzt kann ich dir Schaden zufügen. Okay, verstehe. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir fast die Hälfte bekommen. Ich hätte gerne aber wieder Leben spielen. Wäre das vielleicht möglich? Ich würde dir Geld zurückgeben. Alter, richtig Ghetto-Faust. Au. Super. Eintreffer quasi. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das von dir kann. Ey, ich saug den Gesicht auf. So. Also ich werde wahrscheinlich wirklich das Match im Bosskampf verlieren. Okay. Das ging jetzt doch wenig schneller, als ich dachte. Oh. Okay. Die Szene kenne ich. Gute Nacht. Steht halt wirklich da. So, fortsetzen. Dann gehen wir den jetzt nochmal an. So, stimmt. Da muss ich jetzt raus. Aber du bringst mir wirklich auf Ideen, wie ich GameCube-Spiele noch... ...oder GameCube und Wiesp-Spiele streamen kann. Bei PS2 und Xbox-Bitze, äh, den Schwingen kritischer, weil ich die erst kaufen muss. Die Konsolen dafür. Die Konsolen dafür. Huh? Wow. Whoa. So. 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 No, no, no. So, uh. So, come. Das lief doch jetzt wesentlich besser, wenn ich ehrlich bin. Das ist jedoch schlecht. Das war schlecht. Das war wirklich schlecht. Ich habe dir zwar Schaden zugefügt, da bin ich schon happy. Gut, jetzt geht's weiter. Ja, anziehungsweise ist der Kampf ziemlich verbrauchsehbar. Gut, da haben wir das wieder. Dann holst du deine Schlangen hier. Verschießt einmal. Soll ich das wieder gegensteuern? Ah, verdammt, ich wollte gerade abrücken. Oh Gott. So mache ich das Ganze ehrlich gesagt nur noch schlimmer, oder? Zieh es einfach nur in die Länge, das ist blöd. Ich brauche einen guten Treffer. So. Komm, die Schichten Sand müssen hier weg. Okay, gut. Gut, das habe ich jetzt im dritten Markt geschafft. Und jetzt aber mal. Gut, immerhin nur noch 100 leben von 300. Das würde ich sagen, ist schon mal gut. Das Blöde ist jetzt, jetzt fängt wirklich Phase 2 an. Und Phase 2 habe ich richtig versaut. Gerade wenn die Ghetto-Force kommt. Ich nenne jetzt einfach den Angriff mal Ghetto-Force. Aber der geht nicht so schnell. Ich weiß nicht, der verfolgt mich auch. Wahrscheinlich muss ich da wirklich hier Desi wieder machen, diesen Stoß. Place Anonym. Guten Abend. Und hopp. Das geht doch easy. So. Da haben wir. Sie haben einen Schlangenproblem. Okay. Ach komm. Ja, die greifen zwar immer an. Ich kann leider nicht aktiv springen. Das ist meine einzige Sprungoption, Skara. Ähm. Sonst hätte ich das nämlich auch gesagt. Das wäre ein guter Tipp. Ah. Gut, da habe ich es hier wieder. So. Und hab dich am Haken. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich als Haken zeigen können. Und eins und zwei und drei. Yes. War das Kampf geschafft. Also da fand ich den auf dem Rittersport mir einen Ticken schwerer eigentlich, ehrlich gesagt. So, dann holen wir uns jetzt das nächste Stockwerk. Da, 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 da. Da, da. Da, da. Ich mag die Geräusche echt. Die Luigi macht die so cool. Yay. Da, 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 da. Da, 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 da.